Ich meine, das ist auch bei Nora automatisch, also man schenkt ihr ja gerne die Sympathie, wenn man sie sieht, sie macht das ja auch ganz liebevoll und das sind halt so Kleinigkeiten, die bei Nora immer so einerseits diese Bodenhaftung herstellen und andererseits so etwas total Sympathisches noch mit einbringen und das ist toll.